Hallo liebe Freunde des Schlagerrocks. Ja, herzlich willkommen hier vor der Mendezino. Für uns heißt es bald Leinenlos und dann sind wir endlich wieder zurück in Deutschland. Zwei Jahre lang haben wir neue Songs geschrieben, haben hier so ein bisschen am Repertoire gefeilt, haben die Musiker aufgehübscht. Wir haben alles gemacht, dass ihr das erleben könnt, was ihr am 11.6. in Renz erleben könnt. Eine Nacht voller Lust, Liebe und Leidenschaft. Wir freuen uns so sehr, euch endlich wiederzusehen. Wir sehen uns am 11.6. in Renz und jetzt heißt es Heidelos!